Hey Leute, das ist der A129-Folge-Bus-Nomate 21, Folge Nummer 20. Ich mich gerade komplett täusche. Doch, Folge Nummer 20, 15 Uhr. Und jetzt, fahr mit dem Elektrobus eine Rute. Rocket Lounge da, was geht denn da? Dann hol dir eine A129 aus diesem praktikten Raum. Denk nur an den positiven Einfluss, den E-Bus auf den ökologischen Fußabdruck. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Wie wäre es mit einer Pause? Ich habe ein Lieblingscafé in Millbrook. Ach, Digga. Und der Kuchen ist wunderbar. Der einzige Nachteil ist, dass es keine Busverbindung in das Gebiet gibt. Okay. Obwohl die Menschen sicher gerne dorthin fahren würden. Also, was sagst du mir? Du richtest eine Busverbindung zu diesem schönen Café ein und ich hole uns Café ins Leben. Ich nehme einfach mal alle mit. Eine Rute. Da ist jetzt ein Mitarbeiter drauf. 1,6 muss nicht doppelt sein. Die, äh, mit 16, denk ich mal. Ich hoffe, er hat mit 16. Er hat jetzt viele Ruten leider Gottes raus. Deswegen jetzt nie einkommen. Ja, gar nicht gut eigentlich. Ich muss was einstellen, wie das absenken ist automatisch. Gib mir doch mal Rechte. Nichts, bitte. Da wer hat da einen Lahrer bei mir. Lass mich absenken. Einfache Fahrt, bitte. Ja, Digga, einfach. Okay. Danke. Die wenigsten haben diese Aufgabe gemacht, Leute. Aber haben Sie mich gerade gekriegt? Ach so. Ablehn. 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 Ich wollte den Fernfahrtsatz. Danke. Kommen wir erst dann nicht weg. So. Ich gucke Sie mal den Spiegel denn nicht. Mach es. Mach es auf den Bauch. Ich gucke Sie mal den Spiegel. Sie kommen zu den Spiegel. Sie kommen zu den Spiegel. Nein, die Schlaflöcher. Mann. Darf ich schneller als 30? Sie sind vorne, warum du nicht? Guten Tag, nächster Heiz. Ich finde es auch geil, dieser Spiegel hier. Fantastisch. Du hörst, die paar Kassen doch riesiger als irgendwie, oder? Müsst ihr euch einander aus, man ist mir auch egal, wer wer ist. Oh, das ging zu schnell, bitte machen Sie noch mal raus. Ja, Mensch, mach sie gleich auf. Wer? Marcel? Marcel, wer hat den Kick bekommen? Zum Steigen bitte. Da ist sie jetzt bereit. Drei, zwei, eins, los. Ja, ich guck zu, ich bin der Küche. Und der Gewinner muss den nicht. Den nicht verlieren die auch, dann nicht. Die sind halt auch mehr Schlaglöcher als keine Ahnung was. Da ist das herrlich. Ui. Zwei, eins, bin ich. Oh, das ist das, das ist das Was ist das hier für gewohnt? Komm, der Schlagloch. Komm, der Schlagloch. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte zu gewinne, kaufe ich dir eine wunderschöne Villa in Exide. Das ist die Fahrkarte, die wir hier haben, die ich hier habe. Ich brauche nicht, aber ich brauche eine Fahrkarte zu machen. Das ist die Fahrkarte, die wir hier haben. Das ist die Fahrkarte, die wir hier haben. Ja, ich rede auch von der Richtlinie, glaube ich. Mein Rekord war einfach nur, äh, also ich habe gesagt, ich habe jetzt 32, dann habe ich 32, ich glaube, ich werde es schon. 2, 2, 1, 0. Ich kann Gas geben. Die Schlaglöcher. Du musst doch nicht mal on sein. Ihr Fisch, ich bin erstmal raus. Wer hat mein Mini genommen? Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Ich kann kaufen mehr, Ramadan. Jetzt habe ich zu viel Geld rausgegeben. Ich bin dann mal losgekommen. Drei Norte, dann sind die Lama schnell fallen drin, oder? Ja, ich kann nicht mal an den Mänen. Dann sind die Lama schnell fallen. Dann sind die Lama schnell fallen. Dann sind die Lama schnell fallen, oder? Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen. So. Hat dir nur kurz geholfen? Keitalzib 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 Hä? Benni? Warum hast du gerade erobacht und freigestellt? Okay, dann mache ich erst mal mit Benni. Hi. Eine Fahrkarte bitte. Ne, neu starten. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Weil du nicht die Startetarten. Danke. Okay. Hörst du das? Ja, genau. Diese neuen E-Position ist noch ein Eis. Eine Uhr, ich sehe das. So. Wie? Warte mal. 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 Wo war jetzt die Bremse? Warte mal. Auf wen hast du mal gemacht. Wie? Auf das Zahnrad haben zurück! Das ist ein Zehnpunkt. Mein persönliches Highlight ist bei mir, die Spiegel nicht funktioniert. Das ist einfach mal. Ich möchte aussteigen. Kommt sie jetzt an. Ich stehe doch aus. Ich stehe doch aus. Ich stehe doch aus. Ich brauche eine Fahrkarte. 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 Ich glaube ich werde krank. Aber mittlerweile. Nein. Ich brauche eine Fahrkarte. Machen Sie die Fahrkarte. Ich brauche eine Frau. Und ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Habe ich eine gültige Fahrgarten? So. Die sind alle bei mir rot. Die sind alle bei mir immer, weil wir alle bei mir nicht geben. Die sind alle bei mir! Kaffee 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 Ja, Moin. abgemissen egal wie ich hab wenn ihr wenn ihr die los geht los macht steht davor bitte runter es gibt ja viele gute bücher aber mein lieblingsbuch steht das fahrbuch Es ist nicht der beste Tag in Australien, wenn du das Buss hast. Einen reichen bei uns nicht, oder, mein Lieb? Ok, wer komm ich? Der Bus kommt niemals zu spät, er kommt genau dann ein, wenn er es beabsichtigt hat. Ok, gut, spieß es nicht, hat zu mehr bekommen. Das ist ein bisschen neuer, die geht einfach von. Milbrook nach Milbrook. Milbrook Square, Milbrook Square South, Milbrook Square South, Milbrook Square East. Ok, dann darf ich fort. Der hat wohl weiter auf Zentral eigentlich. Milbrook Square North. Milbrook Square North. Oh, schön, der Bus kommt. Und da. Das dauert jetzt ne X11, oder? Ja. Ja. Glaub ich. Ja, wirds. Das ist ja gar nicht drin, Ben. Lass ihn mal auf dem Kopf. Ja, dann... Ja, dann... Das ist alles auf dem Kopf. Ach, genau. Zieh auf die Seitennämlich, dem Mehlbau. Ich wünschte, ich wäre bei All Directions. Hey. Hi. Hattest du ein Mikro? Danke. 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 Danke schön. Danke. 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 Kiki! Will auch warten, buddy. Hast du noch Müll? Das ist echt nicht mein Besser. Wir müssen jetzt mal das Ding zu einspüren. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Schöne gemacht. Ich bin einfach nicht. Kiki, das ist nicht so schön. Ohne ich mache die Schöne. Das ist ein Schöne. Ich bin einfach nicht mit den Schöne. Nein danke ich bin ich voll warte hast du mir auch mein Lava gefördert mit Ben ja ich kann manchen Ja, guter Spruch, Digga. Vielen Dank. Meine Frau möchte einen romantischen Ausflug nach Gold Island machen, oder? Ich würde lieber hierbleiben. Das ist einfach von der APG. Wenn der Bus immer so pünktlich kommt, verkaufe ich doch mein Auto. Einfache Fahrt, bitte. Einfache Fahrt, bitte. Einfache Fahrt, ja. Einfache Fahrt, bitte. 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 Einfache Fahrt. Was denn? Wenn die ne Frage, was ist das? Wenn die, was war das draus? Du wirst mir mal ein Schnupskill verbrochen. Ist doch, wenn man die nix wird, was guckt. Irgendwenn muss ich jetzt? Stimmt. Was denn da bei dir? Aufrollen. Das ist super. Jetzt kannst du den. Weißt du was? So. Wir gehen jetzt immer noch. So. Aussteigen. Einsteigen. Zusteigen. Übersteigen. Untersteigen. Nur hin bitte. Hi. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Wer fliegt denn so unkompetent? Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Gebegehalt. Im Moment. 功ein mit deinen Fahrkarten. Aber im Moment. Für mich wird besondersate命w werden. Masded zu kommen im Tra zu girlstern. Beide mit Indien, Administraintes권, iftyis, is nun daraufzeitig zu werden, zu sein. Ich weiß nicht, ob man nicht entfernen kann. Die kann man nicht entfernen. Die kann man nicht entfernen. Die kann man nicht entfernen. Ich hab kurz neu gestartet, wenn man die Pfeile nicht entfernen kann. Zum 10. Mal. Danke. Okay. Jetzt haben sie das Jahrhundertstiger. Der Weg geht es um diesen Jahrhundert. Der Weg geht es um dener Mann zum the east. Välge Fertig ist mit Laten. Die Pfeile sind sehr schön aufrechnet. Das ist der Weg nach. Das ist ein Abfluss. Das ist das schnell zu werden. Das ist ein Abfluss. Ich mache das Einzige. Ich mache das viel vor. Wir haben jetzt ein Mensch. O-Zachsitzen Das ist so. Wer mit Kettchen nicht? Er steht 1, 2, 0. Er steht 1, 2, 0. Ich bin nicht. Er steht 1, 2, 0. Oh, cool. Ja, was bringt die das denn weg? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ach Tigger, ich baue jetzt um. Beech, 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 North Mappe, Amflat Boulevard, South, 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 South Mall, South Mall, North Madison Drive. Dang, ja. Sohn. Ach Tigger, wenn es etwas gibt, dann geht es. Ja, das geht um. Ist das schon. Ja, ich habe mich wohl wieder integriert. xd Einmal einsteigen, oder? Und so sieht ja wirklich ein XL voll aus. Einmal einsteigen, oder? Einmal einsteigen, oder? Einmal einsteigen, oder? Zusteigen! Zusteigen! Geht auf! Zusteigen! 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 Vielen Dank. 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 Oh, no. 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 No.